so willkommen zu einer neuen folge minecraft master bilders und mit den guten alten floh im hintergrund genau würde ich sagen einen tisch jahren großen holztisch ich habe schon eine idee muss zu machen ja genau so und nach am rand am besten genau genauso so einen kleinen tisch welche richtung machen die länge machen die länge du musst bretter nicht so groß nicht so groß nicht so groß wir machen alles groß unnötige master schon mal zu kennen kuchen drauf und dann jeweilig ist die leute die sitzen zu sehr kleiner war ja ich würde sagen dass einfach als boden machen kann und gras so war ich baue und ja was machst du das cool ist ja genau gras am besten zu outdoor dinge sagt das ist so draußen ja ja würde ich sagen du fangst du wahrscheinlich fangst du jetzt mal kuchen da an in cake dann ich mach mal den den typen bau mir glas tisch ich glaube das ist plus one oder plus und respect was machst du also den typen hier was von dem was so als so meinst du kicke ja doch passt schon und hier und der andere typ auch noch hier was man das ist der andere typ ein bisschen lange füße ja nicht so lange dass er direkt hier sitzt dass man was direkt hier hoch geht da ich habe die beste die habe ich habe zwei frauen bauter fall oder der minuti wir haben nicht so viel zeit ja das macht den weg macht weg machen bis nur einen oder warum bist du ja ich brauche erstmal einen typen ok warte ich brauche einen kuchen derweil ähm white ich glaube ich brauche einen standard dings kuchen oder white ähm dann noch red äh wie schaut der normal kuchen aus äh brown irgendwie äh oder white gibt es noch irgendwas anderes ich glaube wolle sieht doch besser aus irgendwie so ein klein kuchen nein nein fang an mit weißer wolle ja und dann fang an mit so war der den block benutzen muss ist der so kicke kicke aber das ist die große machen ja egal das ja in der runden ein runden ok weil das noch mehr dings drauf ich habe ich brauche nicht brauche schon baut um typen weiter schau 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 und dann machst du ja genauso oder so nicht so oder ich glaube meins ist besser oder meine idee ja doch aber das ist nicht 3d dann ja egal mach einfach banner trotzdem am rand drauf aber nur wo weiß ist das ist das ist das ist nur vom weißen drauf bleibt dass es mehr kontrast hat ja kannst du machen irgendwie der kuchen sollte nicht bis ganz unten gehen glaube ich das ist egal und dann mach einfach noch so einen zweiten stock drauf ja und nach oben sich jetzt so rot oder 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 mehr als zweiten stock so ein bisschen und jetzt mach mit rote köpfe farbe mach du schon den kuchen ja kuchen ist glaube ich schon fertig eigentlich oder war ich ein bisschen zu viele dinge oder so der kopf habe rot 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 das sehe ich überall zu drauf machen eigentlich der kuchen fertig glaube ich ich brauche rund rum in die bäume oder dinge sowas oder dschungel liefs ok ich mache noch schnell so ein ding so zu sein ja wo brauchst du die erste drüben ok oder wo machst du es ja mach es ich brauche also bäume oben das ist ein bissel dinge ist was man das bissel gefüllt ist ja ja und daran noch so kleine büsche und sowas es hätte richtig gut aus ex ja du kannst auch so und es und hättest drauf machen so ein kopf was man so ein gut stimmt und nach so den bauern ja warte ich mache das noch das außenrum sekunde kohle bin ich fertig das ist nicht so langweilig aus groß sind wie er oder am besten all right ich bin fertig mit dem runde rum so ich mache den kopf noch wie mache ich denn mit terracotta am besten das unterschied hat zur wolle all right so ist ein kleiner hut mach einfach bunt mach einfach komplett bunt mit allen farben aber mir jetzt nicht klar ist es ist es ist nach oben er macht gelb gelb grün dass er sich nach oben er hin verändert ich sehe ich mache ich noch weil du musst doch irgendwie so die hände anders machen oder hände kleiner nein das passt das passt also es kann richtig geil werden eigentlich all right green obwohl eigentlich schon ja stimmt warte mal und dann machen wir noch dings noch so köpfe köpfe augen 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 schnell hast du augen schon heiß und jetzt muss lab weil ich mache im mond ich mache im mond terracotta nein nein das ist nicht so gut sich jetzt auch so oder ja ja das war schon das passt schon irgendwie noch ja gut jetzt hätte man auch sonst und dings herum ja genau genau das richtig gut die hände noch die hände noch so ja doch das passt und das passt mir noch ja die reaktion sondern an seiner will aber es ist das direkt unseres ist die ich die folge ist an auch noch ja dass du 3d wirkt ich immer alle Was hat der hier gebaut? Eine Beerdigung? Geburstagsfeier? Den Spaß zurück. Was? Das ist eigentlich auch klar ein Kacker. Für die Zeit halt. Ja doch es gibt Kacker. Leute, die die Pust gehen und das ist eine Honeyman. Eine Honeyman. Was ist der hier? Was ist das? Also Geschenke und die... Doch, es geht. Geschenke und die Geschenke sind gut. es gibt okay das ist ja so die 1 richtig gut die 1 laut das kriegt das geht gut es geht gut es geht gut natürlich nicht so gut aber was ist das ein kuchen hier gebaut okay das ist ein art auf zeiten würde ich sagen was ist das die kerze brenner ich geschenke diese kuchen brennt wirklich ist cookie es geht okay es geht okay okay ich habe nicht gewollt das ist das punkt wenn man nicht wortet ne ich glaube ich habe drei das ist das pixel art pixel art ich glaube ich glaube der gewinnt ich glaube der gewinnt was ist das der ist kaputt der kuchen hier ist wirklich ein loch drin aber auch bb alle wenig zeit ist ein zu boten bitte das ist nicht gut weil auf der seite kennst du was da wo man die buchstaben das alles so räumen kann was 200 punkte richtig cool aber wir haben schon mit 22 kappen ja dann sehen wir uns gleich noch eine runde so eine runde neues glück obwohl eigentlich nicht wirklich glück weil wir haben gerade gewonnen das ist kran ist es oder lässt so eine urgroßes haus bauen das sind große ja genau so ein bausteller ja so ein haus wo oben so ein kran drauf ist oder ja wir können es richtig gut bauen da war der aber dings hier in c3 das ist ein kleines ja gut ich wollte oder bauen wir zwei verschiedene häuser wollte das ein kleines haus bauen ja ist geil ich baue die mauer ich baue da sind so ein kleines haus und oben einfach wo der kran solche platten hochhebt dringend sowas du kannst doch noch so autos auf der seite bauen genau du kannst auf der seite noch so autos platzieren also sich platzieren die autos machen bauen die sich geben was sie diese sich gewonnen als eigentlich wirklich easy ich kenne es von den survival games eine survival-game-map früher der hat auch immer solche bohschen ja stimmt von survival games 4 4 ich weiß den ich weiß den namen nicht genau habe ich früher immer auch survival games hier gespielt da war auch irgendwo eine bohschen-baustelle es war auch wo der highway auch war oder ich glaube das war das kann das mit dem flugflugplatz ist und wo ja 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 ich muss nur schauen dass ich die ganzen zeune richtig mache weil es richtig schwer die zu platzieren ich muss auch mit iron bars genau mit iron bars müssen auch noch arbeiten dass man dass es solche die streben sind habe ich habe ich habe ich ich meine bei mir war nicht sie streben so raus stehen was man ok ja auch ja stimmt stimmt richtig gut aber warte mal wir machen das macht lieber mit nicht mit iron bars sondern mit mit stein bauen und mit und mit fans ja boh du den streben ich brauche nur so was ein bisschen streben also den streber ist streber also mit holz arbeiten dass ein bisschen kontrast ist mit heu mit heu aber wir haben gar nicht mal so viel zeit eigentlich gern ja eigentlich nicht also muss aufpassen müssen gerade den eigentlichen kram müssen eigentlich nachher bauen gleich nein wir müssen wir müssen also bauen und muss uns sind ja genau stimmt stimmt sind gerade ist ja gar nicht baustelle gell brauchst du den kran ja ich mein kran hier der neber gleich so bei euch das klappt cobblestone hier unten ich muss fast placen fast britschen vor spritzen mit sneaken loslassen also jedenfalls genau so eine dinge so eine maschine das mit terrakotta oder ja ich glaube ich mache mit terrakotta oder gelber wolle er macht ja kotter also so konkret man sieht stabiler aus konkret hier all right so in der mitte muss ich nachher noch so löcher bauen weil sie das ein kran so hat er macht das so zick zack mäßig hoch es kann richtig geil werden ja gut so zick zack geht nicht gescheit weil ich habe nur dreimal drei was man gar nicht gar nicht gar nicht gar nicht wir kriegen das sind bereits kran schon gut aus aber schon ist der in richtung weil ich sage ich möchte dass er drüber ist oder übern haus glaube ich ich sagt stimmt stimmt dass er das haus grad baut ja das ist gut so sache dass er nach vorne geht und dass er da grad so eine platte rein hebt weiß man also richtig gut ja 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 oder so holz ja mit so mit so einem seil dran und sowas das kann echt gut aus schon warte all right soll ich noch ich wollte ich noch probieren so ein laster zu bauen weil schon aber ja 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 kannst hier machen ich glaube ich schaff es wenn es ihr auch so ich fühlte es nur noch ein bisschen da mehr so alles klar so ein paar paletten halt ja 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 all right aber es schaut echt geil aus schaut meins auch geil aus da was ich gerade bausah ja 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 aber der kann geht doch ja ja schon richtig gut aus auch das mit dings hier ja das wird safe ein epischer glaube ich ja das wird ein epischer sieg so ein epischer sieg johä so müssen es schnell die zeit hinkriegen gell aber du einfach unten ich schaffe ein krann eh ach so das ist ein bisschen dumm hier mit den iron bars da so ich glaube das ist wieder epischer sieg würde ich sagen doch video oder kurs und da julian wieder holt mal julianu oh julianu sind wir einzig so all right ich glaube ich füge wirklich so im nachbearbeiten hier äh epischer sieg ein wenn wir gewinnen Leute gerade sieht richtig cool aus schau mal da warte kurz ich bin heute fertig obwohl warte mal das ist ein bisschen zu äh müssen länger sein da und das fahrerhaus brauche ich auch noch gell wirklich ja 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 mach einfach alles so ja alles gut alles gut alles gucci aber sonst ey warte mal weißt du was man darstellen soll das ist das wo der clay rauskommt warte ja 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 so ein mischer ja genau white bull schnell 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 so ein kleines fahrerhaus bauen all right eigentlich eigentlich sind wir eigentlich sind wir fertig eigentlich so ein kleiner tür kann ich noch bauen wir müssen eigentlich den kran noch fertig bauen schnell mit wall und mit so äh wie soll ich das machen endeszeit mit stairs ganz schnell und cobblestone so es hat richtig sind richtig cool aus item frame Bauarbeiter ich weiß nicht ob es Bauarbeiter gibt noch ich schau mal camp ja schon mal spiele zufügen npcs bio suit ja ich glaube das passt oder ja ich glaube das sollte schon passen einsteig dann dahin das ist richtig cool aus lol lol hast du gesehen was ich baut hast du den kran gesehen was ist das das ist das ist das ist walli walli ist der hä oh lol der noch der 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 schau den kran an der der abrissbier hat der bot außerdem ist ein kran schaut halt gut aus na der steht nicht gut aus der hat halt die dings aber der ist nicht lang und ich weiß mal der ist sackig gemacht naja schreibt uvu was soll ich das uvu heißen ist doch er hat auch einfach nur irgendwas angemessen schau mal der hat der abrissbier noch wrecking ball oh der hat der melone bot da schreibt er floh und julian ihr stinkt ich hoffe das kommt ins witt jo ich hoffe das kommt ins witt ich habe gar nicht gewohnt oder was richtig geil lol das ist ein bagger naja der schaut nicht so gut aus ein bagger das ist ein kacke aber hast du bei mir die ja lol hast du bei mir die dings wahrscheinlich gesehen wo was rauskommt lol wie cool legendary lol die kran sieht richtig cool aus lol liegt der lol das dings wie cool aus es könnte auch ein rekord sein ich glaube das ist neu ich glaube wirklich das wird wirklich kacke aus obwohl es geht ok weil es ein kran darstellen soll also unser rekord ist 230 glaub ich oder 234 228 irgend sowas ja irgend zu 30 234 was ist denn das das war die feuerwehrfolge ich glaube ich bin dir auf link dir einfach mal ja 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 einfach rechts oben bei mir jetzt auschecken was ist das schon wieder was ist das was ist das ist auch so ein roboter so ein ATLT von Star Wars also hier an der shop die Star Wars auch jetzt hab ich legendary uns nicht unbedingt geben was das Leute das ist auch gut das ist auch gut das ist schon schlecht aus na die plattform sieht gut aus es gibt okay was das was steht da im Schild was ist Crane was ist Crane was ist Crane der sollte sein spiel auf deutsch mit den 181 naaa aber legen der halt aber leider du hast es unten auch richtig cool aber ich hab den Kran auch richtig cool mit der Eisentür auch echt super geil aus das schreibt mir die kommt der aus dir denkt ja ja dann würde ich auch sagen hier lasst noch ein Like und ein Abo doch für mehr epische Siege und äh ja lasst Like und ein Abo doch und aktiviert die Glocke und tschau